Unsere Geschichte beginnt im Auenland, in einem harten Winter des dritten Zeitalters. Hier wohnt Bilbo Beutlin, ein gemütlicher und friedfertiger Hobbit. Was? Arschleckenfried fertig, hier wird gefeiert! Das Auenland mit Leerde außer Rand und Band. Gandalf macht den Beat, tanzt alle mit zu diesem Lied. Sie steckt mir ne Pfeife an und macht mich an ne Elbe ran. Ich fordere dich auf zum Tanz, kleiner Mann, großer Charakter. Schau auf meine Ohren, schöne schöne Ohren, schau auf meine Ohren, sie sind spitz. Schau auf meine Füße, schöne schöne Füße, schau auf meine Füße, sie sind groß. Komm mit in meine Höhle und ich zeig dir meinen Ring. Alle Zwerge können uns begleiten, Gruppenmeeting. Weißt du nicht, wer ich bin? Meine Rhymes sind der Hit, Bitch, Schritt, Tritt. Ich bin der kleine Hobbit. Ich bin der kleine Hobbit. Gandalf, lass die Höhle entfallen! Ich bin Zauberer, steinalt, doch ein Superstar. Ich zieh auf weisen Kraut, heut hol ich mir ne heiße Braut. Scheiße, bin auf die Werte, Ladies stehen auf lange Berg. Schwindig auf meinen Zauberstab, zwar alt, aber immer noch hart. Schaut auf meine Bart, zieht an meine Bart, leckt an meine Bart, ich bin alt. Ganz Mittelerde ist hier derbe am Feier. Gandalf, der Player ist nur noch am Reiher. Kommt alle zu uns und feiert mit, 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 mit. Ich bin der kleine Hobbit. Ich bin der kleine Hobbit. Ich bin der kleine Hobbit. Scheiße! Wir bedanken uns bei allen, die uns bei diesem Videodreh unterstützt haben, der wirklich sehr aufwendig war diesmal. Von den Locations, über die vielen Komparsen, bis hin zu den Requisiten, die wir kostenlos von Rache-Shop bekommen haben. Danke dafür. Achso, und natürlich unserem Kameramann. Ähm, ja, deswegen auch ein Riesendank an euch natürlich, für diese super Idee. Und gleich die Frage, was sollen wir als nächstes parodieren, schreibt's in die Kommentare. Oder auf Facebook, oder auf Twitter, oder auf beides. Jetzt könnt ihr aber auch weiter White Titty gucken, entweder Gronkh featuring White Titty, oder ihr seht euch an, wie ich angemalt wurde. Aha. Ich weiße, wir sehen uns nächsten Freitittittag. Das ist der irritierte Freitittittag. Ich bin alt. Ich bin alt. Das ist das Video. Ja. Hö. 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 Hö.